Mein Name ist Alexander Krüger und ich bin bei Ahrburg für die Abteilung Produktionslogistik verantwortlich. Ahrburg als Familienunternehmen wird mittlerweile in der dritten Generation geleitet, produziert wird ausschließlich im deutschen Stammwerk in Loßburg im Schwarzwald. Das Produktportfolio umfasst Spritzgießmaschinen, ein addiktives Fertigungssystem, Robotsysteme, individuelle Turnkey-Lösungen und Tools zur Digitalisierung der Produktion. Unsere Schlüsselkomponenten fertigen wir selbst, was zu einem sehr hohen Eigenfertigungsanteil von ca. 60% führt. Ahrburg ist seit dem Jahr 2009 Informkunde. Wir haben FELIUS APS als Grundmodul im Einsatz. Zudem haben wir später FELIUS CP und den FELIUS Schichtplan Editor hinzugenommen. Alle drei Systeme helfen uns in der täglichen Arbeit mit relativ geringem Aufwand die Planung der Produktion zu bewältigen. Bevor wir FELIUS eingeführt haben, hatten wir ein Planungssystem, welches ressourcenspezifisch lokal optimiert. Das heißt, eine Optimierung von Auftragsnetzen war in diesem Stil nicht möglich. Heute plant FELIUS mehrere hunderttausend Arbeitsgänge im nächtlichen Planungslauf, welche sich im kompletten Auftragshorizont befinden und spielt diese wieder zurück ins ERP-System. Somit ist eine hochdynamische und flexible Planung möglich. Für INFORM haben wir uns entschieden, weil wir mit FELIUS ein Planungssystem gefunden haben, was bei unserer Fertigungstiefe in einem hochdynamischen Umfeld eine sehr gute Leistung bringt. Das damalige ERP-System wie auch das heutige ERP-System waren und sind nicht in der Lage, diese Dynamik an Planung zu gewährleisten. Die INFORM-Lösungen sind in die IT-Struktur bei Aarburg vollumfänglich integriert. Das heißt, das APS-System arbeitet hauptsächlich im Hintergrund. Das Terminierungssystem wird allerdings vollumfänglich ins ERP-System zurückgespielt. Das Terminierungsergebnis ist dann die Basis für alle weiterführenden Prozesse. Zum Beispiel werden die elektronischen Arbeitsverteiler gebildet. Die Disposition kann die Fertigungsaufträge entsprechend disponieren und die Kaufteile werden bestellt. Mit Implementierung der INFORM-Lösungen ist bei Aarburg auf jeden Fall die Termintreue besser geworden. Wir haben eine höhere Transparenz erreicht. Wir haben eine nachvollziehbare Planung und wir haben viel bessere Möglichkeiten, die Dinge zu steuern im System. Felius CP hilft uns dabei, Engpässe frühzeitig zu identifizieren und daraufhin gegebenenfalls Aktionen anzustoßen wie eine Verlagerung von Teilen intern, eine Verlagerung von Teilen extern oder das Erweitern von Kapazitäten. Mit dem Felius Schichtplan-Editor haben wir eine Lösung, mit der heute alle Fertigungsverantwortlichen arbeiten. Sie pflegen ihre Kapazitäten für die Ressourcen ein und somit können sie sehr anwenderfreundlich eine genaue Planung im Ergebnis erreichen. Gerade vor dem Hintergrund stetig steigender Variantenvielfalt steigen auch die Anforderungen an die Produktion und die damit verbundene Planung. Die Produktion bei Aarburg ist durch eine hohe Komplexität geprägt. Daher ist es unabdingbar bei der Planung auch im Sinne der fortschreitenden Digitalisierung intelligent vorzugehen und intelligent zu planen. Aus meiner Sicht ist die Firma Inform eine Firma, die sehr nah am Kunden ist. Das sieht man zum Beispiel daran, dass ein jährliches Anwendertreffen stattfindet, an dem man die Möglichkeit hat, sich mit anderen auszutauschen und auch sogar mitbestimmen zu können, welche Lösungen zukünftig implementiert werden.